Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der Goldpreis überschreitet die Marke von 2000 US-Dollar, während Bankaktien weiter einbrechen. Schauen wir mal auf die Charts, denn Risiko und Weise gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollen sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir rüber zum Gold. Das Edelmetall erreicht den höchsten Stand seit einem Jahr. Zunehmende Risikoversionen wegen der Probleme im Bankensektor belasten. Wir sehen zwar, dass sich der Dollar relativ stabil hält, Euro-Dollar zwischen 1,06 und 1,07. Das hat die Goldbullen in der vergangenen Woche aber nicht davon abgehalten, den Preis weiter in die Höhe. Zu drücken. Andererseits sehen wir bei den Anleihen eine positive Entwicklung für Gold. Die Preise steigen, während dann die Anleiherenditen fallen, aufgrund der sinkenden Zinserwartungen. Die Aufgabe der Bullen am Goldmarkt ist es jetzt, den Aufwärtstrend durch ein höheres Hoch zu bestätigen bzw. den nächsten Widerstand bei 1.998 Dollar nachhaltig zu knacken. Gegenwind könnte natürlich reinkommen, weil die Rallye schon ganz schön heiß gelaufen ist und kurzfristige Unterstützung im 4-Stunden-Chart gäbe es bei 1.968 Dollar sollte der Bereich nicht halten. Dann könnten weitere Gegenbewegungen folgen und dann könnte auch im großen Bild eine Korrektur anstehen. Die UBS übernimmt die Credit Suisse. UBS-Aktien sind auf ein 5-Monats-Tief gefallen. Da haben wir die US-Aktie. Die Aktie ist in einen wichtigen Unterstützungsbereich reingelaufen. Das ist ein Bereich gewesen, der vor allem im letzten Jahr sehr wichtig war. Wir sehen, dass bereits ein Erholungsversuch zu erkennen ist, dennoch deutliche Minus für diese Woche. Weitere Verluste auch bei Commerzbank und Deutsche Bank. Wir schauen mal auf die Commerzbank tiefer eröffnet und dann auch weiter gefallen. Aber auch hier Erholungstendenzen über dem letzten Hoch belaufen sich die Verluste auf über 30%. Das gleiche sehen wir auch bei der Deutschen Bank. Die Frage natürlich jetzt günstig einkaufen oder könnte dann noch mehr auf der Unterseite drohen. Das ist natürlich schwer einzuschätzen. Aber wir wollen mal schauen, was letztendlich technisch gesehen erforderlich wäre, um von einem gesunden Aufwärtstrend zu sprechen. Idealerweise höhere Hochs und höhere Tiefs. Zum Beispiel oberhalb der 50-Wochen-Linie. Das wäre ein Aufwärtstrend. Das wäre ein Abwärtstrend. Und wir sehen, dass der Aufwärtstrend bei der Commerzbank noch intakt ist. Der Grund dafür ist, dass es vorher sehr starke Anstiege gegeben hat. Und deswegen hat die Aktie rein technisch gesehen auch viel Spielraum auf der Unterseite. Der gleitende Durchschnitt wird erstmal respektiert. Deswegen ist hier noch alles im grünen Bereich. Bei der Deutschen Bank sieht das anders aus. Hier wurde in der Vorwoche der gleitende Durchschnitt per Schlusskurs unterschritten. Und ja, wie gesagt, es ging jetzt weiter nach unten. Aber im direkten Vergleich hat die Commerzbank eben eine deutlich bessere Ausgangslage. Lasst gerne einen Daumen da. Mehr Hintergrundinformationen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.